In diesem Video haben wir Bodenkontakt, finde ich ein Loch, sehen die Bäume komisch aus und finde ich meine Eier. Schönen guten Morgen aus dem Kohli-Nationalpark. Wir werfen einen Blick raus. Es ist weiß, der Himmel ist grau und die Scheiben null beschlagen. Immer wieder verblüffend, dass bei mir nichts anläuft. Wir haben hier super gepennt, zwei Nächte lang. Es gab nochmal wieder ein wenig Neuschnee. Die Nase von Zottel ist ein bisschen mehr gewachsen über Nacht, aber das sind vielleicht fünf Zentimeter flauschiger Pulverschnee. Zottels größeres Problem ist die Eiszapfen. Was heißt Problem? Er ist schon wieder hier mit dem Boden verwachsen. Da müssen wir jetzt gleich mal Hand anlegen. Aber ansonsten laufen alle Systeme. Heizung, keine Wasserprobleme. Und ja, wir sind guten Mutes und wohlauf hier in der Pampa. Das liegt wahrscheinlich aber auch größtenteils daran, dass es nicht sonderlich kalt ist. Wir haben minus drei Grad irgendwo in Finnland. Das ist eigentlich ein Witz. Hier müsste es minus 15 bis minus 20 haben. Aber wer wird sich beschweren? Ich denke, die Kälte und die Probleme, die kommen noch. Wir genießen so lange, solange alles glatt läuft. Und wenn die Probleme einschlagen, dann versuchen wir sie zu lösen. Dafür sind sie ja da. Was mich ein bisschen wundert ist, dass der Schneepflug heute nicht kam. Es hat ungefähr so viel Schnee wie den Morgen davor, wo er hier den ganzen Parkplatz freigemacht hat. Heute hat er sich nicht blicken lassen, aber ist auch gut. So konnten wir ausschlafen. Und jetzt machen wir hier die Tür zu und wir fahren ab. Oh ne, nix abfahrt. Ich muss ja hier noch das Eis abschlagen. Ganz schön dicke Dinger. Tata, Tata, ganze Amazonasströme sind da runtergelaufen. Kopf. Ist das der Wahnsinn? Ah, hier geht es einfacher. So, und jetzt die Haube noch. Das wäre geschafft. Zottel ist rundum frei. Auf dem Dach nicht, aber das ist nicht so schlimm. Wir fahren jetzt auch erst mal nicht so weit. Einfach mal nur um den Berg rum. Das Wetter ist leicht verwirrend. Da oben sehe ich ein bisschen blauen Himmel, aber es schneit wieder stärker. Ja, welcome to Finland. Geil ist es hier. Elf Minuten, sieben Kilometer ist halb um den Berg rum. Wir gucken, dass wir das durch den viel Neuschnee hinkriegen. Vermute aber, das läuft. Die Strecke ist echt so ausgerieft, wild, whatever. Übelst. Ich glaube, mir fällt hinten gleich alles auseinander. Oh, gosh. Sorry, Zottel. Hört ihr das? Go, verdammt. Sollt ihr mal wieder abfäßen. Hey, das ist ja der Wahnsinn. Oh, ist das herrlich. Frisch verschneit. Sieht alles noch viel schöner aus. Und jetzt gucken wir mal, dass wir da den Berg hochkommen. Ein bisschen mehr Schwung wäre bis mehr schön. Aber hier gibt es eine Spur. Immerhin. Von Traktion. Halbwegs. Der Baustil und die Hausfarben begeistern mich auch jedes Mal wieder von Neuem. Es sieht einfach, ich weiß nicht, so freundlich aus. So einladend. Es ist irgendwie beruhigend für die Augen und ein Farbklecks in dieser verschneiten Landschaft. Und bevor ich jetzt hier vor lauter schönen Häuser falsch war, fahre ich hier mal links. Denn da müssen wir lang. Hier geht es zur anderen Seite des Skigebiets. Ja, wir pflügen hier lustig durch den Wald. Irgendwas klappert vorne ins Hotels Cockpit. Und jetzt geht es hier links. Oh, und wird steil. Ach du Scheiße. Jetzt ist es nicht überraschend, oder? Dass es noch steil wird. Wir müssen ja berghoch. Hoffentlich schaffen wir das. Bisher läuft es gut. Die Reifen haben Traktion. Es gibt auch so eine leichte Spur hier. Fahrspuren angedeutet. Wir fahren mit 30 kmh und 200.000 Umdrehungen im zweiten Gang. Hier möglichst ein bisschen hochtourig hoch. Aber läuft. Die scharfe Kurven sind nicht so mein Freund bei Schnee und Eis. Aber es geht. Bergabspur haben sie abgestreut. Bergaufspur irgendwie nicht. Die sind ja lustig. Mit dem Karawanen darf man hier nicht hin. Also mit dem Wohnwagen. Aber wir haben ja keinen Wohnwagen. Wir sind ein Kastenwagen. Also praktisch ein Pkw. Die stellen uns auch ganz ins Eck. Das stören wir keinen. Ich würde mal sagen. Angekommen auf dem Parkplatz. Gut geparkt. Habe einen Platz gefunden für Zottel. Zugegeben, er ist ein bisschen länger als alles andere, was hier steht. Aber es ist eh praktisch nichts los. Und jetzt zeige ich euch mein Utensil für heute. Nein, kein E-Scooter. Heute ist manuelle Arbeit angesagt. Meine neuen Schneeschuhe. Die habe ich mir irgendwann im November gekauft. Noch nie benutzt. Von Tabs. Mal gucken, ob die mich tragen. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich auch den Einstieg in die 1,5 Kilometer Läupe finde. Ihr wollt es euch nicht übertreiben, oder? Weil so toll ist das Wetter jetzt auch nicht. Es ist zwar wunderschön verschneit, aber halt auch wunderschön grau. Und ich habe die Bedenken, dass ich da oben gleich ziemlich im Nebel stehe, ehrlich gesagt. Wir sind hier übrigens auf dem obersten Parkplatz. Die Straße führt zwar weiter, ist aber kein Weg mehr, den man fahren könnte. Da wird es ziemlich steil. Deswegen haben sich die Finnen gedacht, Mensch, brauchen wir doch einen Lift. Und es wäre ja langweilig, wenn es ein normaler Lift wäre. Ich habe jetzt mal hier auf den Button gedrückt. Mal gucken, was passiert. Ob er irgendwann kommt. Und das Ding kommt von, jawohl, Doppelmayr Tramways, Thun, Switzerland. Die können es halt, auch hier im kalten Finnland. Sehr cool. Und pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk kommt das Ding an. Das sieht mal echt lustig aus. Das fährt sich dann jetzt wohl noch runter. Ach nee, das fährt bis ganz runter. Okay. Cool. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Wir fahren ab. Fast wie auf einer Sommerrodelbahn fühlt sich das an. Einmal über den Hügel hoch. Die Sicht auf die andere Seite wäre sicherlich grandios, wenn man ein bisschen weiter gucken könnte. Also lohnt es sich schon mal für die Sicht mit dem Ding zu fahren. Und bisher hat es nichts gekostet. Und lang ist die Fahrt auch nicht. Drei Minütchen. Und da haben wir schon die Bergstation. Überschweben hier noch die verschneite Straße. Guckt euch mal die Straßenlampe an. Eine Schneestraßenlampe. Da wären wir. Und ist euch schon mal aufgefallen? Es ist nichts los. Hier oben erwartet uns jetzt gleich der Konsumtempel. Spa, Hotel, Grill, Schlag mich tot. Alles, was wir eigentlich nicht brauchen. Wir bräuchten jetzt eine Karte, auf der steht, wo wir sind und wo wir hin müssen. Das wäre hilfreich. Na, habt ihr das auch gesehen? Genau, da ist sie. Ich kann vermelden, die Schneeschuhe sind an den Haxen. Wir können mal gucken, wo wir hinlaufen können, um sie zu testen. Machen auf jeden Fall ordentlich Lärm und sind leicht. Und so ein bisschen geisterhaft ist das hier schon. Leerer Sessellift. Kaum ein Mensch hier. Die Bäume sehen aus wie Gespenster. Völlig eingeschneit und vereist. Und in der Ferne der zugefrorene See. Schon sehr speziell. Aber so richtig viel schlauer, wo ich jetzt genau hin muss, weiß ich auch nicht. Es gibt drei Möglichkeiten. Hier links führt ein Schneeschuhe Trail, weil er so schmal ist, in den Wald. Geradeaus führt eine Treppe bergauf. Treppen sind mir jetzt auf Snowshoe Trails nicht so bekannt. Und hier geht einfach Weg und Straße. Guter Rad, teuer. Ich glaube, ich versuch's mal in der Wald. Ja, wir laufen mal irgendwo hin. Hier geht's berghoch. Berghoch ist immer gut. Jetzt sind im Relief. Hauptsache durch den Wald. Und die Schneeschuhe sind mal im Einsatz. Und das ist der Blick. Quite nice. Wow, junger Vater. Hahaha, scheiße ist das geil. Drei Meter weitergelaufen, super Panorama. Aber Arschgarten gezogen, da geht's nicht weiter. Kannst du vergessen. Ich glaube, das ist ein Sackgass. Könnt ihr unten auch hinschreiben. Das heißt also, müssen wir zurück, Mensch. Und das Relief, was unten angeschrieben ist, ist das hier. Der Kollege wacht hier über den Berg. Servus. Schwer sich hier zu orientieren. Ich bin zurück zur Bergstation. Alle Schilder sind weiß. Aber ein kleines grünes Schild. Seht ihr das in der Mitte? So klein, wie es nur geht. Da geht's wohl zu Schneeschuhen. Und der Weg, den ich gerade gelaufen bin, das wären 3,1 Kilometer. Wäre es nicht weiter schlimm. Aber ins Tal. Das wäre doof. Und jetzt laufen wir hier lang. In der Hoffnung, dass dieses schmale Wegli unser Wegli ist. Jo. Lesbares, gottverdammtes Schild gefunden. Ich glaube, der untere, der gelbe, ist unser. 1,4 Kilometer. Fahrradfahren nicht gestattet. Aha. Und ein fette Funkmast. Der hier knapp in den Nebel reicht. Und wir laufen jetzt mal hier diesen schmaler werdenden Pfad entlang. Gucken, was passiert. Da sind wir richtig. Only with Snowshoes. Die Bäume hängen auch tief. Markierter Weg. Dürfen nichts schief gehen, hoffe ich. Eins kann ich euch jetzt schon sagen. Die endgültige Entscheidung, hier heute hochzufahren. Goldrichtig. Es ist einfach nur fantastisch. Und herrliche Landschaft. Wetter, gut, wie es ist, ist es halt. Aber nichts los. Ein geiler Trail durch den Wald. Wo gibt es sowas sonst? Ja, praktisch überall. Ich weiß, aber es ist trotzdem genial. Ich liebe es. Ein paar Meter durch den Wald geschossen. Und schon haben wir Sicht. Naja, in der Theorie. In der Praxis. Leider in diese Richtung, aus der das Wetter auch kommt. Sehr wenig Sicht. Man stellt euch das jetzt bei schönem Wetter vor. Aber dann wäre es perfekt. Und perfekt sind wir ja selten. Von daher, nehmen wir es wie es ist. Es ist übrigens auch nicht kalt. Keine Handschuhe. Wir haben minus drei, minus vier Grad. Aber mit der Bewegung und dauernd Kamera in die Hand. Das geht mit Handschuhen einfach nicht. Ja, geht es auch ohne. Und jetzt würde ich mal sagen, wir ziehen weiter. Und weiter geht es. Vom Aussichtspunkt, von dem man wenig sieht. Heute geht es wieder in den Wald. Auf unseren Trail. Das ist einfach genial. Ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Oh, jetzt schon. Also von bergauf so viel war hier nicht die Rede gewesen. Nein, Scherz. Mit den Schneeschuhen ist auch bergauf kein Problem. Geile Traktion. Nach dem Anstieg noch ein bisschen durch den Wald gekurvt. Und jetzt kommt der nächste Aussichtspunkt. Mit grandioser Aussicht. Oder so. Und jetzt haben wir die Seite gewechselt. Wir gucken nicht mehr auf die eine, sondern auf die andere, wo die Sicht besser ist. Hier gibt es zwei Berge. Den Akakoli und den Pakakoli, glaube ich. Und auf dem ersten standen wir gerade eben. Jetzt stehen wir gleich auf dem zweiten. Aber erst mal müssen wir diesen steilen Hügel hoch. Kurz mal den Berg hochgewirkt. Aber aussichtstechnisch ziemlich genial. Das hat sich gelohnt. Ein wahnsinniger Ausblick über den blauen See vor uns. Der jetzt weiß ist und im Nebel verschwindet. Es ist geil. Ja Leute, seit über einer Woche bin ich jetzt im Camper unterwegs. Das ist wenig im Vergleich zu dem, was noch vor mir liegt. Aber ich glaube, so nach einer Woche oder eineinhalb Wochen jetzt kann ich sagen, war die richtige Entscheidung, was ich bisher erlebt habe. Einfach nur grandios. Landschaft, Menschen, Aktivitäten. Es ist unbeschreiblich schön. Ich bin froh, habe ich dieses Jahr Auszeit genommen. Wer weiß, vielleicht bleibt es auch nicht bei diesem einen Jahr. Das kommt von vielen Dingen, hängt das ab. Ist noch zu früh, darüber sich wirklich intensiv Gedanken zu machen. Aber es grummelt im Hinterkopf bei mir und dem Co-Pilot und auch bei Friedrich. Der hat das größte Problem damit. Ihr wisst warum. Egal. Für mich ist dieses Jahr nicht nur Urlaub. Es ist auch eine Menge Arbeit. Denn das Bloggen und Vloggen benötigt sehr viel Zeit. Ich habe wenig Freizeit, wo ich einfach mal mich zurücklehne und Netflix gucke. Ich habe noch nicht meinen Account oder irgendwas anderes mache. Sondern wenn ich im Van bin und praktisch nichts mache, dann sitze ich am Rechner und schneide oder tippe den Blog. Das ist nämlich jetzt praktisch mein Job und irgendwo mein Einkommen. Also ich habe jetzt letztes Jahr zwar meinen festen Job gekündigt. Aber natürlich muss ich die Reise finanzieren können und auch das, was alle noch ansteht. Und da bin ich auf YouTube-Einnahmen und gewisse andere Dinge angewiesen. Das funktioniert bisher auch relativ gut. Das ist eine coole Sache. Danke schön fürs Werbung gucken. Das hilft sehr viel. Aber ich muss natürlich dranbleiben und Videos filmen, produzieren. Und das dauert alles Zeit. Die habe ich jetzt zum Glück, weil ich ja keinen festen Job mehr habe. Aber ich liege hier nicht auf der faulen Haut. Das will ich eigentlich unterm Strich sagen. Das ist kein Urlaubstrip. Das ist eine Mischung aus Urlaub und Arbeit. Aber das Wichtige ist, die Arbeit macht Spaß. Und das ist, was für mich zählt. Und dann mache ich es auch gerne und ich habe Spaß dran, abendelang am Rechner zu sitzen und zu schneiden oder in den Blog zu tippen. Mir Geschichten über Co-Pilot und Friedrich auszudenken. Und ja, das macht jetzt die nächsten Monate aus. Und wir gucken, wo es hinführt. Und jetzt führt uns der nächste Weg erstmal wieder zurück zum Camper. Und wir gucken, wo es hinführt. Und wir gucken, wo es hinführt. Unterwegs auf der Route 66 und der letzte Hügel hieß Pahagoli und nicht Pahagoli. Der Berg hat nichts mit Alpaka zu tun. Geht nochmal ein bisschen bergauf hier. Mittagessen will verdient sein. Nachdem es ja schon kein Frühstück gab. Wieder ein Ausblick. Immer noch grau. Ich kann vermelden. Ich bin nicht verloren gegangen. Bin wieder da angekommen, wo es losging. An dem großen Gebäude, das on the top steht. Fahren ab. Allerdings nicht weit. Ich will nur hier vom Parkplatz runter. Steht ein fettes Camping-Verboten-Schild. Wir campen zwar nicht. Aber ich will mir jetzt in Ruhe was zu essen machen. Und du weißt ja, der Teufel ist ein Eisbär. Ja, sagt der Co-Blood immer. Wir fahren runter auf den anderen Parkplatz. Da stand kein Camper-Verboten-Schild. Da können wir uns ins Eck stellen und erstmal ein genüssliches Süppli essen. Hier nämlich. Hier kommen Camper und Gespanne hin. Und mir scheint, das kostet ja alle nichts. Das Parken. Schießen hier mal ums Eck. Strom gibt es auch. Allerdings, ich weiß nicht, ob das auch für Camper funktioniert. Aber. Ja. Für alle anderen. Super Traktion und die Kurve. Die Reifen sind echt ein Knaller. Und wir stellen uns mal hier ins Eck. Ja, da geht es noch weiter. Jetzt kriegt ihr hier eine volle Parkplatz-Tour. Das ist doch mal cool, oder? Hier steht auch kein Camper-Verboten-Schild. Hier können wir uns hinstellen und genüssliches Süppli essen. Ich glaube nicht, dass der Parkplatz sich heute noch füllt. Geile Suppe von gestern gibt es. Die schmeckt heute mindestens genauso gut. Mahlzeit. Half. Und während ich jetzt hier meine Suppe-Löffel gibt es für euch eine Insta-Story. Viel Spaß. So, die Instagram-Story ist abgeschickt. Das Essen ist gegessen. Und ich glaube, wir fahren jetzt mal ab. Es benötigt etwas Diesel, das Zottel. Sonst kommen wir nämlich heute nicht dahin, wo wir noch gar nicht wissen, wo wir hinwollen. Soll heißen hier, Kollege Schnapsnase. Muss noch gucken, wo wir heute enden. Und das ist 14.39 Uhr. Und gefühlt habe ich den Eindruck, es wird schon wieder dunkel. Dieseltechnisch sind wir nämlich kurz vor Reserve. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir Diesel in den Tank kriegen. Sonst geht uns hier im dümmsten Fall irgendwann die Heizung aus. Das wäre suboptimal. Und ich liebe es, auf diesem kalten und guten Schnee zu fahren. Es ist, als würde ich auf Asphalt fahren. Immer wieder verblüffend. So, und jetzt nicht aus Versehen bergauf fahren vor lauter Spaß, sondern mal gucken, was bergab so geht. Wir können festhalten, bergab geht auch gut. Man kann auch mal bremsen. Kommt kein ABS. Greift super. Wir sind wieder da, wo die kleinen, schönen, roten Häusli stehen. Und halten uns links. Die Rumpel pischte hinter uns. Und hier kommt eine riesige Tankstelle. Und danach geht es wieder auf eine hoffentlich besser geräumte Strecke. Und es wird echt schon wieder dunkel. Und es kostet Diesel 1,84. Hier gibt es sogar einen Parkplatz für Camper. Tank wieder voll. Wir können weiter. Wir können wieder zwei Tage fahren und heizen. Juhu. Das Witzige ist, wir fahren gerade so ziemlich ohne Plan irgendwo hin. Ohne zu wissen, wo. Also nördliche Richtung. Aber das war es auch. Bin mir gar nicht ganz sicher. Aber ich glaube, da kommt gerade Nieselregen vom Himmel bei minus 1 Grad. Das ist irgendwie nicht so sexy. Wir erreichen Juhu Car. Und ich will mal gucken, ob ich hier noch irgendwo einen Supermarkt finde. Lustigerweise ist hier gleich mal ein Supermarkt direkt an der Tanke. Das ist praktisch. Dann mal raus in die Wärme. Plus 1 Grad bald. Also noch minus 1. Also falls jemand Gemüse oder Obst braucht, die Auswahl ist gewaltig. Das ist ein Bomolo für 2,88 Kilo. Eine Mini-Limone. Eine Mini-Melone. 2,99 Kilo. Trauben. 5,58 Kilo pro Kilo. Ja wow, das liegt ja problemlos mit den Eiern. Save the Planet Eggs. Die können ja nicht schlecht sein. Toastbrot haben wir noch. Was gibt es sonst noch? Allermöglichen knapper Zeug. Fleisch könnten wir auch noch mitnehmen. Hühnchenfilet auch. Auf Anhieb fast gefunden. 3. oder 2. Das geht, he? Preis 11,34 Kilo. Ich glaube, das Zeug haben wir alle noch. Von dem ist auch noch an Bord. Oh, Moment mal. Wir lassen die schocki schocki sein und versuchen es mal bei der Milch. Fünfter, Zweiter. So ganz stark ja auch nicht durch. Manche haben hier eine Maske auf. Andere nicht. Was muss man haben, um keine tragen zu müssen? Vielleicht muss man ja Bier dabei haben. Oh, warte mal hier. Das Gin-Zeug habe ich doch bei Mike getrunken. Aber eigentlich habe ich noch Bier an Bord. Das ist eh noch zu schwer. Ich muss erst noch trinken, glaube ich. 4,05 Euro. Der halbe Liter. Ist der Wahnsinn. Der Vergehter Saufen. Die Wasserpreise sind übrigens auch nicht ohne. Der 1,5 Liter, 1,19 bis 2,65 Euro. Der Wahnsinn. Gut, den 10 Liter Humpe gibt es günstiger. Der kostet nur 3,19 Euro. Oh, und sie verfolgt mich, die Schocki. Habe ich den Eindruck. Oh, nein, 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 nein. Junge, es wird mir besser. Ist mir rückfährlich sowas? Acht Euro, schlag mich tot. Und jetzt, glaube ich, fahren wir weiter. Und ich habe keine Schocke gekauft. Ganz ehrlich, nichts, nichts. Aber baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire. Only true desire. Swear I'm not a liar. Should dance to me. Bis zum nächsten Mal.